Nein, das ist gerade einfach nur ein TikTok-Video, ob irgendwo auf Instagram wird. Oder ist TikTok? Nein, habe ich nicht. Fabian TikTok? Nein, habe ich nicht. Fabian TikTok? Oh nein, das ist der Hacker. Oh, geil. Und Sabrina ist schon wieder im Schrank, Alter. Als würde ich gegen mich selber spielen. Ich bin schon da. Und wieso versteckst du dir im Schrank auch? Spinn, vor allem. Komm mit. Komm mit. Versteck dich hier drin. Ah, der ist weit weg. Hallo, Doktor. Oh, Entschuldigung. Dumm, dumm. Einmal nur dumm. Sparsch, oder was, du Vollpfosten? Dumm, einfach nur dumm. Keck. Der Fabi. Dumm, einfach nur dumm. Was für ein Keck. So ein Keck, Alter. Du ein Keck. Oh, das ist ein Keck. mhm, ne das ist klar oh, der ist nahigelaufen ah, du bist beim Boden im Haft fix weil du alle grälen wie du aufscheust ich hole ihn ich hole ihn oh, der spielt ihn das allererste mal der Typ hat keine Ahnung ja, der zieht nicht mal Blutlinie um den Typen, der wohl denkt oder sonst was, der spielt gar nichts das sollte sehr, recht easy sein eigentlich der läuft, der läuft 4,6 Meter die Sekunde laut der Bio ja, der ist richtig schnell und dann, wenn er noch im Blutrausch ist ok, doch, er zieht Blutlinie aber nicht da, wo man es eigentlich erwartet wo ist er wo ist er wo ist er bei mir ich hole dich durchhalten on the way ja, der ist hinten bei mir der ist weit weg komm ich heli gleich komm her, komm mit mhm mhm oh, der Fabio ist ja durch eine Blutlinie gelaufen ja scheiße Movo, geiler er könnte mich eigentlich in den Boost Kiwi stecken aber er machts nicht, warum es macht Sinn hm, er kommt zu euch gelaufen hol den jemand er kommt zurück von dem der durch den er kommt er war großartig Leute ja ja, der hat sich jetzt auf mich eingeschissen jetzt bin ich im Boost Kiwi ich seh ihn ja, ich seh ihn ich kann dich holen Fabi ich hol ihn ich hol ihn auf, halt rüber wo bist'n, wo, Web? nein, 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 nein lass mich das machen ich bin in der Nähe ja, ich auch ich hol' auf mhm ah lauf, 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 lauf lasst mich halt durch ja, das kostet Zeit du weißt das und du weißt, dass ich an den Generator oben dran war der sollte langsam fertig sein wir sind bei 4 der läuft weg vom Boot ah, der läuft ja ihr seht dann bei dem großen mhm den 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 ich auch nicht aussprechen da, tönt das Horn sehr schön ah, allerdings kann er mich jetzt im letzten Urteil kann er mich jetzt töten oh, der hat mich gesehen 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 ähm ich weiß nicht, ob ich ihn holen kann schwierig hat der ne Blutlinie gezogen dort? weiß ich nicht aber das in der Nähe bei dem ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn er ist beim Boot der spackt voll der들 fest der, der lack bei mir siehst du das? nea der rand äh, der lackt Geh weg! Jetzt ist er tot Der hat mich nicht gesehen Ich bin gekommen Ich? Ja, dass er uns nicht sieht Zumindest nicht so schnell Leute Ich? Ja, dass er uns nicht sieht Zumindest nicht so schnell Ah Jesus Ja Leute Ähm Ja Hallo Hallo? Der lackt? Der Killer lackt? Ich bin raus, ich bin tot Also aus meiner Sicht hat der Killer voll gelackt Der hat richtig gespackt Der eine war zur Hälfte fertig Er läuft links von mir Er läuft links von mir Was passiert denn hier? Er läuft weg von dir Er läuft weg von dir Er läuft weg von dir Komm mal mit Vielleicht die Hälung Er kommt, er kommt, er kommt Oh, da hat der Evtl Weg von mir Nach links von mir weg Hayh ich Ja, muss man gleich Hälung machen O, das dauert irgendwie recht lang Der kommt schon wieder, kommt schon wieder, hey Gibt's ja net Scheiße. Shit, du bist tot. Nein, du bist tot. What the fuck? Keine Ahnung, was der drin hier hat. Totmesser. Oh shit. Oh shit. Steh hin. Oh. Oh shit, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Das war's für heute.